standest du auch schon mal vor einer aufgabe und wusstest gar nicht was du machen sollst so ging es wahrscheinlich jedem von uns schon mal mit diesem video wollen wir dir erklären wie du strategisch vorgehen kannst wenn du vor einem problem stehst was erstmal unlösbar erscheint ein problem kann alles sein karl dunker beschrieb es 1935 bereits so ein problem entsteht dann wenn ein mensch ein ziel hat und nicht weiß wie er es erreichen soll im mathematikunterricht sind probleme meistens aufgaben bei denen ein lösungsweg nicht sofort erkennbar ist solche aufgaben fallen den meisten schülern sehr schwer wir beschäftigen uns deshalb in diesem video mit dem thema problem lösen mathematische probleme lassen sich in verschiedene typen unterteilen es gibt bestimmungs modellierungs entdeckungs begründungs und begriffsbestimmungsprobleme wir beschäftigen uns in diesem video mit bestimmungsproblemen die sich dadurch auszeichnen dass meist unbekannte zahlen und größen berechnet werden sollen dafür ein beispiel tim möchte sein geld vermehren er fragt deshalb jan tobias und max ob sie einen tauschhandel mit ihm eingehen wollen wenn du mir das geld was ich in meiner tasche habe verdoppelt zahle ich dir im gegenzug acht euro alle freunde willigen ein zu hause angekommen merkt tim dass er kein geld mir in der tasche hat wie viel geld hatte tim ursprünglich wenn du lust hast dann drück jetzt einfach mal auf pause und versucht das problem selbst zu lösen wir wollen dir nämlich jetzt eine strategie zeigen mit der du solche aufgaben planvoll lösen kannst die strategie die wir dir vorstellen nennt sich padeck padeck ist eine abkürzung und steht für problem verstehen ansatz suchen durchführen ergebnisse erklären und kontrollieren kommen wir zum ersten schritt das problem verstehen zunächst solltest du die aufgabe gründlich lesen versuche dir klar zu machen und was es ihr eigentlich geht fragen die du dir stellen solltest sind wie ist meine ausgangssituation und was möchte ich herausfinden in unserem beispiel ist es wichtig zu verstehen dass tim drei freunde hatten mit denen den gleichen tausch handel macht jan tobias und max das geld das er in seiner tasche hat wird ihm zuerst von jan verdoppelt und danach zahlt er ihm acht euro mit dem übrig gebliebenen geld geht tim zu tobias mit tobias macht er den gleichen tausch handel auch mit max macht er den tausch tims aktueller geldbetrag muss also einfach nur mal zwei gerechnet werden und danach muss man davon acht euro abziehen die rechnung macht man drei mal nach dem tausch mit max hat im genau null euro die gesuchte lösung ist der betrag den tim ursprünglich hatte bevor er den ersten tausch eingegangen ist jetzt wo wir das problem verstanden haben kommen wir dazu ansätze zu suchen dabei schauen wir ob wir strategische hilfen sogenannte heuristiken finden können die uns bei der lösung des problems helfen aber nicht jedes problem lässt sich mit dem gleichen ansatz lösen unterschiedliche probleme erfordern unterschiedliche ansätze für unser problem bieten sich drei strategien besonders an eine strategie ist beispiele erzeugen und prüfen dafür probieren wir systematisch indem wir verschiedene zahlen in unsere rechnung einsetzen eine weitere strategie ist das schrittweise vorgehen hier bietet es sich an rückwärts zu rechnen wir gehen von dem gesuchten ergebnis aus und versuchen so tims geld vor dem ersten tausch zu ermitteln eine dritte strategie ist es das problem anders darzustellen bei unserem problem liegt es nahe die einzelnen rechnungen als mathematische gleichung darzustellen jetzt da wir unsere ansätze gefunden haben kommen wir zum nächsten schritt dem durchführen mit hilfe von systematischem probieren versuchen wir herauszufinden wie viel geld im ursprünglich hatte wir versuchen es mit einem euro und merken dass das nicht funktionieren kann denn tim hat bereits nach dem ersten tausch schon kein geld mehr wir probieren also nach und nach größere zahlen aus bei fünf euro angekommen sehen wir dass tim nach dem tausch mit jan zwar noch zwei euro hat aber nachdem er bei tobias war erneut kein geld mehr hat wir müssen also weiter probieren irgendwann finden wir damit heraus dass tim ursprünglich sieben euro hatte wir haben die lösung also mit systematischen probieren herausgefunden aber dieser ansatz funktioniert nicht immer stell dir vor das ergebnis ist deutlich größer dann könnte dich das systematische probieren viel zeit kosten eine andere möglichkeit ist das rückwärts rechnen wir wissen dass tim am ende 0 euro haben muss zuvor hat ihm genau acht euro an max abgegeben max hat tims geld davor verdoppelt wir wissen also dass tim vor dem tausch mit max vier euro gehabt haben muss weil wir von hinten nach vorne rechnen addieren wir zu tims geld acht euro und teilen danach durch zwei diesen schritt machen wir drei mal auch damit finden wir heraus dass tim ursprünglich 7 euro hatte ein dritter ansatz ist das problem anders darzustellen hier bietet es sich an tims geld mit einer variablen und die einzelnen tauschhandel als gleichungen darzustellen das bietet den vorteil dass man die rechnung verallgemeinern und auch andere aufgaben lösen kann tims ursprüngliches geld ist hier q den tauschhandel mit jan könnte man mit der gleichung 2 q minus 8 ist gleich r darstellen wobei er den geldbetrag ausdrückt den tim nach dem handel hat den tauschhandel mit tobias kann man als 2 r minus 8 ist gleich s ausdrücken und den mit max als 2 s minus 8 ist gleich t t stellt dann den geldbetrag dar den tim nach allen drei tauschhandeln hat die erste gleichung kann man dann in die zweite einsetzen wenn man das jetzt ausmultipliziert und zusammenfasst erhält man eine vierte gleichung mit 4 q minus 24 ist gleich s wenn man die vierte gleichung jetzt in die dritte einsetzt erneut ausmultipliziert und zusammenfasst erhält man 8 q minus 56 ist gleich t das ist die allgemeine darstellung des problems als gleichung in dieser gleichung steht q für tims ursprünglichen geldbetrag und t steht für sein geld nach dem dritten tauschhandel wir können diese gleichung für t und auch für q werte einsetzen um den jeweils anderen wert zu ermitteln wenn man nun wissen möchte wie viel geld tim am anfang hatte wenn ihm am ende 0 euro bleiben muss man für t 0 einsetzen wenn man das ausrechnet findet man auch mit diesem ansatz heraus dass tim am anfang 7 euro gehabt haben muss jetzt wo wir das problem mit drei verschiedenen ansätzen gelöst haben fassen wir zusammen was wir herausgefunden haben und erklären unser ergebnis wir wissen dass tim ursprünglich sieben euro gehabt haben muss bei jedem tauschhandel wurde tims geld zuerst verdoppelt und danach hat er acht euro abgegeben nach seinem ersten tausch mit jan besaß dem nur noch sechs euro nach dem tausch mit tobias vier euro und nachdem mit max hatte dem gar kein geld mehr als letzten schritt kontrollieren wir nochmal unseren lösungsplan wir machen also einen check haben wir das problem richtig verstanden sind unsere gewählten ansätze sinnvoll haben wir einen fehler bei der durchführung gemacht wir überprüfen zudem noch einmal ob unser ergebnis stimmen kann wenn alles passt dann können wir das problem als gelöst betrachten solltest du also das nächste mal vor einem problem stehen und gar nicht wissen was du machen sollst versuch doch mal das problem mit dem lösungsplan padig zu lösen